Kannst du mich auch im Falle mit diesem Zeug rauchen? Ich gehe auch nicht, Emtetanz! Wo alle mit einem schrägen Cap rumgelaufen sind. Ja, mein Musikwissen ist so halb gut. Also Namen allgemein schlecht. Ich glaube, ich schneide es so mittelmässig ab. Sag uns, wie der Song heisst und wer der Interpret ist. Ich habe den ganzen Song im Kopf. Nein, es tut mir leid. Keine Ahnung. Müssen wir kennen. Ja, das kenne ich. Das ist ein Breitbild. Für eins hat es immer noch gelangt. Mit dem bin ich natürlich auch aufgewachsen. Das war so die Zeit, wo alle mit einem schrägen Cap rumgelaufen sind. Es war einfach Kult. Breitbild hat jeder gelassen. Jeder hatte die CDs. Ich kenne viele von ihnen auswendig. Ich kenne die einfach etwas nicht. Ich kenne dich nicht. Ich kenne die Maske. Ich kenne mich nicht. Ich kenne die Maske. Ich kenne die Maske. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Ich kenne mich nicht. Ich kenne mich nicht. Der Orange ist mittlerweile ein guter Freund von mir. Früher war ich noch in der Schule und ich habe das Cap unterschrieben. Sie waren wirklich Stars. Und jetzt war sie zu guten Freunden. Das ist ein Führerwagen. Okay. Ich habe keine Ahnung, Enten-Tanz. Einfach so wie ein Enten. Nein, gibt es noch Audio dazu? Ist es etwas Schweizerisches? Östin... Nein. Das könnte jetzt. Das ist die Joya Marlene. Ja, das tut mir auch schwer. Ich habe keinen Joker. Ich habe es auch schon gesehen. Das müsste ich jetzt wissen. Ich kann mich auch im Fall mit dem Zürich. Kein Plan. Wie lange war ein Lohne Leduc mit 079 auf Platz 1 in der Schweiz? 19, 21 oder 22 Wochen? Ich weiss, dass es mehr als 20 waren. Und ich tippe jetzt mal auf 21. Ja, wie fühle ich mich nach dem Quiz? Ich kann mir schon sagen, es hat mich schon ein bisschen geschlagen. Aber ich fühle mich gut. Und wie viele Punkte hast du gemacht? Schreib es doch in die Kommentare. Ja. 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 Ja.